Licht an! Ich will gucken. Vielleicht haben Sie etwas zu essen. Klingt wie ein Kind. Hat jemand Schokolade? Ja, Sir. Ja, natürlich. Ihr seid sicher hungrig. Na los, nehmt sie. Anna! Wow, 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 wow! Schon gut, schon gut! Wir tun euch nichts. Wir tun euch nichts. Wir haben nichts zu essen. Bitte, helfen Sie uns. Nein, nein, die Krautverstärkungen sind jeden Moment hier. Wir haben keine Zeit, uns um Zivilisten zu kümmern. Das sind doch nur zwei. Sir, Sie sollten sich das mal ansehen. Perfekt. Scheiße. Ein paar hundert Meter entfernt war dieser Laster. Wir fahren ihn her und bringen Sie alle raus. Bei allem nötigen Respekt. Unsere Mission lautet, das Hotel zu sichern. Was sagen Sie? Wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich flehe Sie. Wir haben eine Mission. Lassen Sie mich das mal machen. Keine Angst, alles wird gut. Sie übernehmen? Wann haben Sie mich im Rang überholt? Gar nicht. Okay, wir bringen die Leute hier raus. Daniels? Aiello? Sie holen den Laster und treffen uns an der Westseite des Hotels. Bewegung! Ich frag mich, was Sie sonst noch so vorhaben, Herr Sassman. Lassen Sie mich in Ruhe, Sergeant. Auf keinen Fall, Private. Auf keinen Fall. Oha, das gibt bestimmt noch mal Ärger hier. Also gut, drücken wir vor. Holen Sie den Laster zurück. Seit wann versteht sich Sassman so gut mit Deutschen? Was Sassman uns bisher wohl verschwiegen hat, ist seine deutsch-jüdische Familie. Wir haben wohl alle unsere dunkle Familie. Jetzt gibt es doch bestimmt gleich aufs Mauer hier. Ach, das sind unsere Leute, okay. Wir haben ein Kind dabei. Und auch alte Menschen. Wir können nicht Leben retten. Wir sind Zivilisten. Wir bringen sie in Sicherheit. Nichts anderes. Ja, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier gibt es auch noch mal Munition. Das wird gleich schrecklich werden, glaube ich. Da ist der Laster. Komm schon. Wo ist der Laster? Hä? Fünf Meter entfernt? Da hätten sie doch mitkommen können. Okay, wir müssen jetzt definitiv verteidigen. Gehe ich mal stark davon aus. Fuck. Scheiße. Ich sehe gar nichts. Komm schon, Bro. Was haben wir hier? Wann soll ich denn jetzt die Panzerschrecken nehmen? Geht doch auch ohne. Also gut. Nehmen wir sie wieder mal. Und jetzt? Ich verstehe das nicht. Was sollen wir denn das jetzt bringen? Aber wir sollen die Häuser zum Einstieg bringen wahrscheinlich? Holy shit. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Jetzt sind wir wieder tot, man. Alter, trifft das Ding auf. Hä? Versteh's nicht. Versteh's grad nicht. Versteh's grad nicht. Das ist doch grad kaputt gegangen, oder nicht? Panzerschreck, komm. Wo ist das letzte Fahrzeug? Ist kaputt jetzt doch nicht. Jetzt haben wir's, glaube ich. Ja, besser ist er auch. Komm schon rein hier, schnell. Du hast es geschafft. Danke für die Deckung. Ich glaube, die formieren sich auf der Nordseite neu. Der Trupp muss das erfahren. Wir müssen die Leute hier rausbringen, schnell. Das würde uns hier verschanzen. So riskant. Sie dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Dafür ist es zu spät. Beeilung. Pearson hat recht, Daniels. Wir haben keine Zeit, uns um diese Leute zu kümmern. Das sind Zivilisten. Sie brauchen unsere Hilfe. Durchfahren und auf der Straße fahren. Ja, Sergeant. Okay, bringen Sie die Zivilisten hier raus. Warum parken die verflucht nicht nochmal direkt vor der Tür? Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wir müssen hier weg. Versteckung, sind auf dem Weg. Alles wird gut. Noch ein bisschen weiter. Anna? Anna! Halt, wo willst du hin? Meine Schwester, ich muss weg. Was jetzt wieder? Sie glaubt, dass ihre Schwester in den Keller gerannt ist. Dann muss sie dort bleiben. Wir müssen diese Leute hier rausbringen. Na los. Lieutenant, lassen Sie mich gehen. Niemand geht. Sie haben zwei Minuten. Ich gehe mit dir. Nein, nur Daniels. Das ist zu gefährlich. Alle anderen sichern mit mir den Umkreis. Ja, Sir. Kommen Sie schnell zurück. Mach ich, Sir. Jetzt können wir auch noch allein dieses Kind retten, verfluchte Kacke. Normalerweise waren die Deutschen hier schon weg. Mal gucken, was jetzt noch kommen mag. Keine MP oder irgendwas mehr. Scheiße. 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 Du räudiger Bastard. Fick dich. Scheiße. Oh, shit. Scheiße. Kacke. Und jetzt? Keine Waffe, kein nix. Scheiße. Ich muss Anna finden. Anna. 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 Anna, Mensch. Ich muss hier irgendwo sein. Komm jetzt raus. Anna. Wo bist du? Schokolade hier. Hallo? Anna. Mensch, komm. Anna. Anna. Wo bist du? Ich hoffe, sie ist nicht nach oben gegangen. Sie ist einfach nicht da. Da ist sie. Hey, Kleine. Komm. Bring wir dich zu deiner Schwester. Ich habe Kasper gefunden. Komm her. Ja, wir haben keine Waffe, kein nix. Du kannst nicht, dann kommen. Toll. Alles gut. Ja, toll. Schön. Wo ist das hier? Der versteckt dich. Den Keller durchsuchen. Such mich hier. Oh, scheiße. Fuck. Du kannst nicht, dann kommen. Nicht schießen. Nicht schießen. Hände hoch. Oh, toll. Wie soll man das denn machen, ey? Alles gut. Er versteckt dich. Wir können er durchsuchen. Was ist das? Was ist das? Okay, der Typ, der geht hier lang. Und der andere geht da hinten lang. Dreh dich um. Dreh dich um. Ich hab dich. Jetzt sehen sie mich doch. Ich bin ehrlich, ich hab dich. Kann man den kaputt machen hier? Du kannst nicht, dann kommen. Nein, 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 nicht schießen. Setzen sie das? Ich hab gedacht, man kann den irgendwie kaputt machen, aber scheinbar nicht. Alles gut. Ich bin, der versteckt dich. Mal kurz noch mal warten, aber die war gar nicht so schlecht, die Sache. Wie war ich gesichert? Jetzt muss der erst kommen und dann gehen wir dem hinterher. Alles wird gut. Versprochen. Ich denke, das sollte einigermaßen gehen. Erika. Das ist natürlich auch ein weiter Weg, den wir gehen müssen. Komm schon. Ja, bleib doch mal ruhig, man. Wir sind doch gleich da. Lauf, Digga, lauf. Jetzt müssen wir bloß noch wieder hochkommen. Schnell, 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 schnell. Was soll das, du baut, die da raufkommen? Gossmann, Möller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag kurz, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Die sehen das nicht, oder was? Wir sind nicht, oder was? Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kaspar! Der klangt in. Du machst das toll. Wir haben es fast geschafft. Ich will eher zurückkommen. Gleich, Mensch. Du musst doch noch einen kleinen Moment lang tapfer sein. Ich will es hier raus. Ich bin hier. Alles gut. Entkommen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Toll, das musst du jetzt mal machen, hier lang zu kommen. Ohne, dass die einen sehen. Ohne, dass wir uns verteidigen können. Ich bin hier. Es wird alles gut. Komm schon, 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 komm schon. Wir sind raus hier. Das ist doch ein Gegner, oder? Das ist doch ein Gegner. Komm mal jetzt an dem vorbei. Ich hasse dich. Da ist auch noch einer. Wie kommen wir denn da jetzt lang? Komm schon, komm schon, komm schon, hier ist eine Tür. Ja, komm, wir schaffen was. Raus, 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 raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, mach ich doch. Komm schon, komm schon. Komm schon. Anna! Danke. Mama hat gesagt, ich soll mich um Kasper kümmern. Sie kommen nicht zurück. Ab hier kommen Sie alleine. Es tut mir leid. Gehen wir. Wir eskortieren Sie, das ist ein Befehl. Pearson hat recht, Sir. Wenn wir Sie begleiten, werden Sie vielleicht beschossen. Ziemlich riskant. Private Sassman, wir sichern diese Straße und bringen Sie dann raus. Verstanden? Verstanden, Sir. Ich glaube nur, dass Sie alleine sicherer wären. Und wenn wir den Deutschen das Hotel überlassen, ist das eine Gefahr für alle Trupps, die hier durch wollen. Das ist nicht Kasperin. Wir haben die Oberhand. Ab auf den Truck mit Ihnen. Ihre Entscheidung. Verteidigungspositionen! Auf der sichern! Nicht schön wieder köht, da. Wo sind denn die ganzen Gegner hier? Ich sehe gar nichts. Kannst du mal nachladen, die Wumme? Kurz mal die Wumme nachladen. Ich hoffe es. Komm schon, komm schon, komm schon. Geht's frei. Geht's allen gut? Alle vollzählig. Kann einer von Ihnen einen Laster fahren? Wir brauchen einen Fahrer. Ja, ich. Ich kann fahren. Dann los. Achtung! Sie haben den Truck beschossen! Erika! Bitte, Erika! Wach auf! Sie ist tot. Gehen wir! Los! Was soll das werden? Ich befolge Befehle. Alle mal zurück zum Hotel. Los, los, los! Hey, wir können nichts mehr tun.